Ich sag euch ernsthaft, das Buch ist interessant. Man kann auf jeden Fall mal reingucken, wer Bock hat. Aber, das ist so, was ich im Kopf habe, sind das nur 2%, was im Buch vorkommt. Die anderen 98% werde ich euch, so Gott will, über zwei Jahre euch unterhalten. Warte, warte. Wie viele Prozent waren das? Die anderen 98%, die ich im Kopf habe, sind das nur 2%, was im Buch vorkommt. 2% sind das nur, Bruder, wofür soll man denn das Buch kaufen, Bro? 2% ist doch gar nicht so interessant, Mann. Hätte er gesagt, 40% wären auch interessant gewesen. 2% von 100%, Bro, macht gar nicht so Sinn. Die anderen 98% werde ich euch, so Gott will, über zwei Jahre euch unterhalten. Weiß ich, wie viel das Buch kostet. Was erdachtet uns noch von dir, außer das Buch? Wo es dir Wahrheit und Beweise, nicht Geschichten und... Mit Fakten, Leute, Fakten und... Es soll, es soll, es soll... Alles deiner Zeit.